Ja ihr Lieben, es geht weiter mit den Halloween-Kaiju- oder eben auch Dinosaurier-Geschichten. In der heutigen Geschichte beschäftigen wir uns mit einem Ort, den wahrscheinlich jeder von uns irgendwo kennt. Einen Ort, in diesem Fall ein Gebäude, um das sich ganz seltsame Mythen ranken, Begegnungen mit geisterhaften Gestalten oder ähnliche merkwürdigen Ereignisse. Gerade wenn ihr auf dem Dorf aufgewachsen seid, werdet ihr mir zustimmen müssen. Ja, zu Orte kenne ich definitiv. Des Weiteren ist diese Geschichte hier aber noch etwas ganz Besonderes und bedarf umso mehr deiner Aufmerksamkeit. Denn dieses Video hier, diese Geschichte ist eine interaktive Geschichte. Das bedeutet, du, ja genau du, wirst während der Story jetzt hier, während du zuhörst, dazu aufgerufen, selbst zu entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll. Atme also tief durch und triff die richtige Entscheidung um, die Geschichte möglichst sinnvoll und vielleicht auch mit den möglichst wenig Verlusten fortzusetzen. Und kleiner Tipp hier nochmal an der Seite, ja, es macht tatsächlich Sinn, sich alle Entscheidungsmöglichkeiten mal genau anzuschauen, um wirklich jedes Detail der Story mitzunehmen. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir fangen jetzt hier an mit der Geschichte, der Legende, dem Geheimnis der Dinovilla. Viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß mit dem Video. Die Geschichte der Dinovilla Dunkel und schweigsam ragten die Berge empor. Wie unheimliche Wächter thronten sie über dem kleinen Städtchen. Niemand wagte es, der verlassenen Villa in ihrem Schatten auch nur einen Besuch abzustatten. Man kennt solche Orte. Orte, die von Gerüchten und Mythen umhüllt sind und die so Leute auf Abstand halten. Nachts waren Geräusche in den Wäldern rund um das verfallene Gebäude zu hören. Die Jäger und Waldarbeiter des Ortes versicherten den Bewohnern, dass es sich hierbei um Wildtiere handele. Nichts Außergewöhnliches also. Und ja, was soll man sagen? Ein Teil Wahrheit steckt in dieser ernüchternden Aussage. Unter den Einheimischen flüsterte man sich Geschichten über die Villa zu. Sie sei verflucht, hieß es. Abseits der lauten Schreie eines angeblichen Wildtieres wurde der Ort durch seine nächtlichen Phänomene bekannt. Nachts, so behaupteten einige, war die Silhouette eines Mannes zu sehen, der durch die Räume der Villa lief. Hin und wieder gab es kleine helle Funken und blitzartige Erscheinungen. Das waren bloß alte Kabel, die einen Kurzschluss hatten, wurde immer gesagt. Der Geruch von Verwesung, der von dort ausging, sei durch eine Ansammlung an toten Tieren zu erklären, die von einem scheinbar noch größeren Tier in das verlassene Gebäude gebracht wurden. Ein Bär hätte diesen Ohr zu seinem neuen Heim erklärt, sagte man. Mark, Sarah, Josh und Emily spotteten über den Aberglaube und zweifelten dennoch gleichzeitig auch an der offiziellen Geschichte. Immer auf der Suche nach Abenteuern beschlossen sie diesen Sommer, die Villa selbst zu erkunden. Die neuesten Gerüchte sprachen von einem Geheimlabor unter der Villa. Lächerlich, oder? Mit Taschenlampe und Proviant in ihren Rucksäcken machten sich die Freunde schließlich auf den Weg, entschlossen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Die Sonne war bereits verschwunden, als sie die Villa erreichten. Natürlich, es musste Nacht sein. Denn wo wäre sonst der Kick an der ganzen Nummer? Und so haben sie auf dem Weg zur Villa diskutiert, was sie dort wohl vorfinden würden. Einen alten Geist vom Besitzer möglicherweise, brachte Josh ins Spiel. Oder einen alten, verschollenen Mann, der sich dort versteckte, sagte Sarah. Oder vielleicht auch einfach gar nichts, lachten Mark und Emily gleichzeitig. Knochige Äste krallten sich in den Himmel, die alten Eisentore der Villa waren von Ross zerfressen. Es gab also kein Hindernis dabei, hineinzugehen. Die Freunde tauschten nervöse Blicke aus. Mit einem knarzenden Jaulen öffneten sich die Tore. Stille. Eine unheimliche Stille legte sich über sie. Irgendwie war es komisch. Sie fühlten sich beobachtet. Vor ihnen erhob sich die Villa. Ein verfallenes Monument einer längst vergessenen Zeit. Die einst strahlend weißen Mauern bröckelten, die Fenster waren vernagelt und dann? Wie von Geisterhand öffnete sich die Eingangstür. Ein automatischer Mechanismus? In einem so alten Gebäude? Das ist gruselig, flüsterte Sarah und ließ ihre Blicke nervös hin und her schweifen. Mark jedoch, der selbsternannte, mutige Mann der Gruppe, der lachte. Keine Panik. Das ist nur ein altes Haus. Ich meine, da, guck. Der Windzug hat die Türen geöffnet. Ganz einfach. Sie betraten die Villa. Der Geruch von Staub und Verfall war intensiv und unangenehm. Spinnenweben hingen von der Decke. Das einzige Licht rang durch die Ritze der verfallenden Wände und stammte vom hell erleuchteten Mond. Ein tiefes, dunkles Knurren hallte durch das Haus. Es schien von irgendwo unter ihnen herzukommen. Die Freunde erstarrten. Ihre Herzen schlugen bis zum Hals. Was war das? Flüsterte Emily mit zittriger Stimme. Wie gesagt, ein altes Haus, sagte Mark mit leerer Stimme, die wenig überzeugend klang. Der Wind und, keine Ahnung, das alte Holz. Omas Haus macht dieselben Geräusche. Ja, aber das liegt daran, weil dein Opa schnarcht wie ein Rasenmäher, sagte Josh. Das Knurren wurde lauter. Jetzt mischte sich ein leises Kratzen darunter. Es schien von der Kellertür zu kommen. Marks Augen glänzten vor Aufregung. Na los, schauen wir nach. Deswegen sind wir hier, sagte er, kniff die Augen zusammen und ging mit schnellen Schritten auf die Tür zu. Seine Schritte halten in dem stillen Haus wieder. Was sollten sie tun? Wähle eine Entscheidung. Sollen die Freunde den Keller hinuntergehen oder doch lieber die Villa oben erkunden? Ja. Es geht nicht. Sollen die Freunde den Keller hinuntergehen. Sollen die Freunde, die Freunde und die Leute haben, die Leute haben das begonnen. Sollen die Freunde und die Leute haben das begonnen. Das ist ganz viele Freunde.